Erkennen ist krasser als Tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan mit einer Solo-Folge und ich habe mir heute ganz viele Notizen gemacht zu dieser Folge und mir eine Hilfe dazu geholt. Darauf gehe ich gleich noch mal ein. Und daher könnte dieser Podcast ein paar Minuten länger werden, als du es von mir gewohnt bist. Ich gehe heute nämlich ein schwieriges Thema an. Dieses Sei-Du, Sei-Magisch, das ist heutzutage sehr emotional belastet und da steckt eine Menge Zündstoff drin, denn gefühlt ist es ja eigentlich egal, was wir tun. Irgendjemand meint ja immer, dass du ein angepasstes Schaf bist. Und trotzdem will ich dieses Thema heute angehen, denn ich finde es total wichtig, sich mit sich selber und einem Anderssein mal zu beschäftigen. Und wie gesagt, da habe ich mir eine inspirierende Hilfe dazu geholt. Das ist ein Buch von Anja Förster und Peter Kreuz und den Link zu dem Buch oder deren Webseite, das weiß ich noch nicht so genau, die packe ich natürlich in die Shownotes. Und der Titel heißt Zündstoff für Andersdenker. Also nochmal, das Buch heißt Zündstoff für Andersdenker. Und das Buch lädt ein, sich selber mal zu hinterfragen und, oh Wunder, zum Andersdenken. Und die Vorlage eines großen Teils dieses Podcasts kommt halt aus diesem Buch. Und deswegen erwähne ich das hier nochmal sehr explizit. Ja, heutzutage setzen wir ja gewisse Dinge einfach mal voraus. Also wie Fleiß und Zuverlässigkeit, gerade wenn man in Unternehmen arbeitet und ein Vorstellungsgespräch hat. Und dann gibt es halt auch noch so Dinge, die viele Menschen immer noch als für sich total besonders darstellen oder herausfinden, die gar nicht mehr so besonders sind. Das fällt mir in meinen Coachings immer wieder auf. Wenn ich mal so frage, was befähigt dich, den Job zu machen? Ja, gute Frage, auch an dich. Was befähigt dich, deinen Job, deine Arbeit, die du gerade machst, zu machen? Und ich höre immer wieder, ja, ich bin empathisch und dem Menschen zugewandt. Und ich möchte im Team oder auch ohne Team was bewegen. Ja, ich bin ehrlich, ich bin sozial, bin bla, 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 bla und nochmal bla. Ja, das mag ja alles auch stimmen, aber das ist so oberflächlich. Das sind so Antworten, die jede HR-Abteilung hören will und Aussagen, die aktuell von unserer Sozialgemeinschaft gehört werden will. Natürlich wollen wir alle hören, hey, da ist jemand empathisch und da ist dem Menschen zugewandt und ehrlich. Ja, das ist ja klar, das ist gerade eben so en vogue. Das ist gerade innen vor 80 Jahren oder vor 150 Jahren hat das Ganze ganz anders ausgesehen. Doch diese Dinge, die die Menschen dort sagen, die sagen ja nichts über sie aus. Und wenn du eben auf meine Frage, was befähigt dich, diesen Job zu machen, ähnliche Antworten gehabt hast auf die Schnelle, dann ist das genau so, dass es sagt nichts über dich aus. Das hat nichts mit deiner Art zu denken und deiner Persönlichkeit zu tun. Das sind, ja, das sind Robotereigenschaften oder halt die Eigenschaften eines Scharps. Was? Wenn du in einer Firma arbeitest, die das als besonders empfindet, solltest du da schleunigst verschwinden. Warum? Das werde ich dir jetzt anhand einer Geschichte aus diesem Buch erläutern und die lese ich vor. Und die ist so ein bisschen, ja, die hat hier so ein paar Seiten und dementsprechend kann es gut sein, dass der Podcast heute durch diese Geschichte etwas länger wird. Also, es gibt, die Geschichte heißt, die andere Art Äpfel zu kaufen. Und es gibt tatsächlich einen Unterschied, Äpfel zu kaufen. Und diesen Unterschied hat der Momonen-Prediger Randall R. Ritt in einer seiner Predigten wunderbar auf den Punkt gebracht. Er ist halt Amerikaner und Gott sei Dank haben die beiden Autoren dieses Buchs, so diesen amerikanischen E-Poster mal rausgenommen. So, dementsprechend kann ich es wirklich gut vorlesen. Also, es geht um Tom. Tom bewarb sich bei einer renommierten Firma mit Erfolg. Er bekam einen Einstiegsjob. Aber sein Ehrgeiz war geweckt. Er wollte mehr. Um genau zu sein, er wollte mehr Verantwortung, einen höheren, dotierten Job. Um das zu erreichen, kniete er sich richtig rein. Er arbeitete gewissenhaft die Aufgaben ab, die ihm übertragen wurden. Er kam frühmorgens und blieb auch abends länger, damit sein Chef sehen konnte, dass er es ernst meinte. Nach vier Jahren war es endlich soweit. Eine Führungsposition wurde frei. Aber zu Toms großer Bestürzung wurde die Position an einen anderen Mitarbeiter vergeben, der gerade erst seit sechs Monaten in der Firma war. Tom war extrem verärgert und forderte seine Chef eine Erklärung. Sein Chef sagte, würden Sie mir einen Gefallen tun, bevor ich Ihre Frage beantworte? Na klar, sagte Tom. Würden Sie bitte ein paar Äpfel für mich kaufen? Meine Frau hat mich gebeten, die mitzubringen. Tom nickte und machte sich auf den Weg zum Supermarkt. Als er wieder zurückkam und dem Chef die Tüte reichte, sagte sein Chef, ah danke, welche Sorte Äpfel haben Sie denn gekauft? Tom war verblüfft, ähm, weiß nicht, irgendwelche, Sie haben ja gesagt, dass ich Äpfel kaufen soll. Und das sind Äpfel. Gut, und wie viel haben Sie gekostet? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Sie haben mir 30 Euro gegeben, hier sind der Kassenzettel und das Wechselgeld. Danke schön, Tom, sagte der Chef, und jetzt setzen Sie sich bitte und hören genau hin. Der Chef rief den Mitarbeiter an, den, oder diesen Mitarbeiter, der die Beförderung erhalten hatte. Hallo Tim, würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Würden Sie mir bitte ein paar Äpfel für mich kaufen? Meine Frau hat mich gebeten, die mitzubringen. Als Tim kurz darauf mitsamt der Äpfel ins Büro kam, fragte der Chef ihn, welche Sorte Äpfel haben Sie gekauft? Oh, antwortet Tim, ich war auf dem Wochenmarkt um die Ecke. Also, ich war auf dem Wochenmarkt um die Ecke. Dort gab es eine ganze Reihe von Sorten. Granny Smith, Cox, Orange, Bosskopf, Gala, Elster, Golden Delicious und noch einige mehr. Ich wusste gar nicht, welche Sorte ich kaufen sollte, aber mir ist eingefallen, dass sie sagten, dass ihre Frau die Äpfel brauchte. Also habe ich sie schnell angerufen. Sie sagte, dass sie für den Kindergeburtstag frisches Apfelmus machen wolle. Und dann habe ich den Händler gefragt, welche Sorte sich am besten für Apfelmus eignet. Er hat mir Bosskopf empfohlen, weil die sehr aromatisch sind und auch säuerlich, was wohl im Apfelmus am besten schmeckt. Die habe ich dann gekauft. Und wie viel haben die gekostet? Ja, das war eine andere Sache. Ich wusste nicht, wie viele ich kaufen sollte. Deswegen habe ich noch mal kurz bei ihrer Frau angerufen und sie gefragt, wie viel Apfelmus sie machen möchte. Sie sagte, dass sie gar nicht so genau sagen könnte, es kämen 25 Kinder und es gäbe Kartoffelpuffer. Dafür solle das Apfelmus reichen. Also habe ich den Händler gefragt, wie viel Äpfel man für Apfelmus und Kartoffelpuffer für 25 Kinder benötigt. Der war erst etwas ratlos und rief dann seine Mutter an. Die wusste Bescheid und riet zu 5 Kilo Äpfeln. Er hat mir dann extra noch von Hand eine Quittung geschrieben. Hier, bitte. Dankeschön, sagte der Chef. Sie können jetzt gehen. Ach, sagte Tim und drehte sich in der Tür nochmal um. Ihre Frau wird in der Tüte auch eine Zitrone finden. Das ist kein Versehen, sondern ein Tipp der Mutter des Händlers. Der Zitronensaft verhindert, dass das Apfelmus so hässlich braun wird. Danke, sagte der Chef noch einmal. Sein Blick wanderte zu Tom. Dieser war aufgestanden und sagte mit hängenden Schultern, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Meister deine Zukunft durch Persönlichkeit. Du bist Experte, Berater, Coach, Dienstleister oder Angestellter und überzeugt, dass dein Leben noch mehr zu bieten hat. Dann bist du genau richtig für unser Deep Thought Mentoring. Denn Erfolg kommt von Vernetzen. Profitiere vom Expertenwissen der Gruppe. Arbeite am statt im Leben. Komm mit Gleichgesinnten schneller ans Ziel. Stärke deine Stärken zum Erfolg. Und profitiere zusätzlich vom individuellen Mentoring mit uns. Mehr Informationen findest du jetzt unter www.projekt42.online. Deep Thought Mentoring. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Deutlicher kann man einfach nicht zeigen, was man machen kann, um besonders zu sein. Ob man halt empathisch oder das, was alles so gefordert wird, seinen Job macht. Du kommst morgens hin zur Arbeit und gehst abends wieder und machst deine Aufgaben gewissenhaft. Das sind Dinge, die vorausgesetzt werden. Es geht heutzutage darum, dass du einen Hauch wenigstens von Initiative mitbringst. Kreativität und Engagement. Und das kann einen gewaltigen Unterschied machen. Und nach dieser Geschichte kannst du dich mal fragen, willst du eher wie Tom sein oder wie Tim? Ja, das war die kurze Geschichte aus dem Buch. Und natürlich will ich dich damit jetzt nicht beeinflussen und sagen, werde Tim. Ja, du kannst natürlich auch weiterhin Tom sein. Aber dann beschwere dich bitte nicht, dass andere Leute in deinem Job, andere Marktmitbewerber bevorzugt werden als du. Das geht natürlich auch in der Art und Weise, wie man als Selbstständiger ist. Und damit ich da noch einen draufsetze und damit du weißt, worum es wirklich geht in diesem Spiel der Kreativität oder das Anderssein, gebe ich dir jetzt noch ein Fußballbeispiel. Und nimm es mir nicht übel, ich habe jetzt 420 Folgen gemacht, wo ich nicht über Fußball gesprochen habe als gebürtiger Dortmunder. Heute nutze ich das mal und zwar wegen eines Ereignisses am letzten Wochenende. Da hat meine Mannschaft, Borussia Dortmund, gegen den Tabellenletzten, Mainz, nur unentschieden gespielt. Und wenn dich Fußball nicht interessiert, kann ich das verstehen. Bleib trotzdem bis zum Ende dabei, weil es kommt eine wichtige Botschaft. Also die haben 1 zu 1 gespielt. Und in meiner Fußballgruppe, die ich auf so einem Messenger-Dienst auf dem Telefon habe, Junge, Junge, du kannst dir vielleicht vorstellen, was da los war. Ja, aber die müssen doch gegen den Tabellenletzten gewinnen. Das sind richtige Punktelieferanten. Mensch, da habe ich mich mal gefreut auf einen sicheren Sieg. Oder heute ganz aktuell so ein Bild gesehen. Borussia Dortmund ist wie Robin Hood. Sie klauen bei den Reichen. Also wir haben dagegen höher gestellte Mannschaften gewonnen. Und schenken den Armen. Und alle vergessen dabei eine Sache. Dass diese Mannschaft gerade eine schwere Zeit hat. Dass falsche Entscheidungen vom Vorstand getroffen worden sind. Und wir dadurch Anfang oder Ende letzten Jahres erstmal einen neuen Trainer gebrauchten. Und der hatte wenig Zeit, diese Mannschaft umzustellen. Und ich habe das Spiel mit anderen Augen gesehen anscheinend. Ich habe vielleicht auch ein anderes Spiel gesehen. Ich weiß das nicht. Denn ich fand, die Mannschaft hat gut gespielt. Das habe ich dann auch geäußert in der Gruppe. Und das fand halt wenig Anklang bei den anderen. Ja, sie haben nicht gewonnen. Na und? Es war das Spiel, was gut war. Und ich halte mich da schon unbewusst. Also ich halte mich da an eine Aussage von jemandem, den ich gar nicht kannte. Also das ist mir halt jetzt erst in diesem Buch wieder klar geworden, dass es da jemanden tatsächlich gibt, der das untersucht hat. Das war der Sportpädagoge und Unternehmensberater Tim Galway. Und der hat vor 40 Jahren schon etwas anders gesagt. Und zwar zitiere ich. Jedes Spiel besteht aus zwei Teilen. Das äußere Spiel wird gegen einen Gegner gespielt. Das innere Spiel findet im Denken des Spielers statt. Es wird gegen sich selber gespielt. Und das ist auch etwas, das wir ganz häufig im normalen Leben auch tun. Also dieses Beispiel, wie gesagt, brauchst du nicht nur auf Sport beziehen, sondern auf Fußball oder wie auch immer. Sondern das kannst du ganz stark auf dein Leben anwenden. Das erste Spiel, das wird leider von den meisten Menschen versucht zu gewinnen. Also das Spiel gegen den Gegner. Ja, ein Spiel, in dem die Menschen, und wenn du das versuchst, dieses Spiel zu gewinnen, ja, du zu 90 Prozent abhängig von äußeren Umständen bist. Ja, du bist abhängig von Chefs, Gesetzen, Internetplattformen, Marktteilnehmer, die plötzlich mit irgendwas um die Ecke kommen. Ich sage nur Rabattsystem. Ja, oder zufällige Ereignisse. Also ein Zufall wie eine Pandemie, ja, du bist immer abhängig. Und wenn du versuchst, dieses Spiel immer wieder zu gewinnen mit Dingen, wo du abhängig bist, die du nicht beeinflussen kannst, wird es hart. Denn das Spiel wird viel zu oft verloren. Und da ist es egal, wie toll der Auftritt von einem selber ist. Ja, egal, ob man nie Schwächen zeigt oder eine Hochglanz-Webseite hat und Fotos vor tollen Autos. Oder immer gut gelaunt rüberkommt. Also auch als Angestellter, ja, wenn du ins Büro kommst, bist du immer gut gelaunt. Ja, Halleluja. Ja, ja. Ich weiß, dass man heutzutage Erfolg ganz wunderbar messen kann. Ja, man kann es anhand seines Kontostands machen, man kann Erfolg anhand von Titeln oder Auszeichnungen, Veröffentlichungen, Kundenzufriedenheit, all das kann man messen und sagen, ich bin ja doch erfolgreich. Doch wenn man da genauer hinschaut, sind das alles nur kurzfristige Belohnungssysteme nicht ähnlich wie shoppen gehen. Machen ja auch viele, die sagen, ich bin unglücklich, dann gehe ich shoppen oder ich esse eine Tafel Schokolade oder Eis oder was man auch immer so da findet. Oder trinkt halt Alkohol. Das sind halt viele Dinge, die Menschen heutzutage an oder gucken Netflix, lassen wir das. So, und wenn du davon abhängig bist, also dein Erfolg abhängig bist von den oben genannten Sachen, dann können das auch große Fallen sein, in die du tappst. Und ich gebe zu, ich tappe da auch ab und zu noch rein. Denn bei Nicht-Eintritt bekommt man an sich eine total schreckliche Strafe. Die Missachtung und den Tadel von anderen Menschen. Und das beeinflusst etwas, da habe ich schon mal drüber gesprochen, über unsere drei genetisch verankerten Ängste. Das ist die Angst vor Lautstärke höher und jetzt ganz wichtig, die genetische Angst aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das wiederum bedeutet, dass wenn du versuchst, dieses Spiel zu gewinnen, dass du immer nur im Außen toll auftrittst oder von morgens bis abends auf deiner Arbeit sitzt und damit zeigst, dass du ja ein super Roboter bist, dann wirst du nicht deine Ziele erreichen. Denn du bist durch Angst geleitet irgendwo, auch unbewusst, dass du aus einer Gruppe ausgeschlossen bist. So, und das Ergebnis davon ist, du wirst immer nur im Äußeren gemessen. Also, deine inneren Werte, alles, was dich ausmacht als Mensch, wird in der Fremdwahrnehmung von anderen Menschen nicht mehr ernst genommen. Oder beziehungsweise gar nicht wahrgenommen. Es geht immer darum, dass du das innere Spiel gewinnst. Und das war auch in der Mannschaft so. Ich habe auf einmal einen Siegeswillen gesehen, ich habe einen Zusammenhalt gesehen. Die wurden laut, die haben sich gepusht und der Ausgleich, also die Mainz hatten geführt, der Ausgleich von meiner Mannschaft war tatsächlich ein Tor, das durch Willen erzeugt worden ist. Die haben richtig Druck aufgebaut. Die haben es halt nicht die ganze Zeit durchgehalten. Ja, aber das war das erste Mal seit gefühlt drei Jahren, dass sie so einen Druck wirklich aufgebaut haben. Also, das innere Spiel war ganz wichtig. Und dazu brauchst du Antworten auf ein paar Fragen. Ja, hast du heute dein Bestes gegeben? Das kannst du dich am Ende eines Tages immer fragen. Hast du dein Bestes heute gegeben? Und dein Bestes heißt nicht das, wo du glaubst, dass du das Beste tun kannst, sondern wozu warst du heute in der Lage? Hast du das zu 100% ausgefüllt? Dann hast du dein Bestes gegeben, ja? Bist du dir über dich selber klar? Weißt du wirklich, wer du bist? Also, wenn du dieses Marketing-Blabla mal rauslässt, wenn man dich einfach auf mal einen Lava-Oberfels, Lava-Platz stellt, das habe ich jetzt am Montag ja schon in dem Podcast mit dem Christian zusammen gesagt, also, was macht dich aus, was bringt dich wirklich weiter? Und wenn, kannst du dir ja vorstellen, wenn du auf so einer Steinwüste stehst, ist Empathie einfach scheißegal, ja? Erkennst du deine Fortschritte im Leben an? Erkennst du die Schritte, die du machst? Erkennst du das, was du geleistet hast? Siehst du, durch welche Täler du gegangen bist und wie häufig du hingefallen bist und wieder aufgestanden bist? Und warum bist du aufgestanden? Weißt du, kennst du die Gründe, weswegen du wieder aufstehen konntest? Kannst du flexibel auf Situationen eingehen? Oder bist du starr wie ein Eisen? Wenn du dir klar wirst, wie du tickst, wenn du dir klar wirst, was deine Fähigkeiten sind, wenn du dir klar wirst, wer du als Persönlichkeit wirklich bist, dann sind die Chancen, das erste Spiel, also gegen den Gegner, zu gewinnen, um einiges höher. Und das andere ist, du wächst damit, oder er wächst damit mit diesen Kenntnissen über dich selber, eine Magie in dir, eine Kraft, ein Feuer, ein Glühen, das du dir heute nicht mal vorstellen kannst. So, es ist fast 20 Minuten gesprochen. Für heute sage ich, Magic your life und bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan. Bis dann, der Jan. Bis dann, der Jan. Bis dann, der Jan.